moin und herzlich willkommen zu einem neuen weitere video heute haben wir mal ein lego technik set ja haben wir glaube ich noch gar nicht aufgebauten lego technik set hier haben wir die 42 109 ist ein fahrzeug was mit dem smartphone gesteuert werden kann also via app controlling und so sie soll es aussehen auf dem smartphone noch batterien sie nicht inklusive so sieht davon seite aus man sieht hier eine große batterie box hier unten und auch zwei motoren sind dabei einmal ein latschmotor normale l und einmal xl motor genauso sieht es von hinten aus ich habe das set gebraucht gekauft eigentlich wollte ich nur mit nur die motoren haben oder die batterie box aber es war irgendwie günstiger das ganze set zu kaufen anstatt nur einzelne komponente deswegen haben wir das hier in tüten die schon vorsortiert sind von dem käufer ich habe es bei ihrer kleinen zeigen gekauft hier aber die batterie box gibt sie bei der batterie sind drin das ist schon mal gut einmal die beiden motoren einmal xl einmal der l motor hoffen dass sie alle funktionieren hier haben wir so reifen und so dabei eine anleitung gibt es hier nicht habe ich gesehen die gibt es nur online deswegen werde ich gleich auf dem bildschirm mit die anleitung ansehen und dann das aufbauen so ich bin gespannt wie das fahrzeug sich nachher auch steuern ist und fahren lassen ich würde sagen wir fangen mal an let's go dann Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.